Und nun die große Masche mit nur die, der gute Strumpf für alle Tage heißt, nur die. So ein Mist, Reklame. Das, Damen und Herren, sind die Strümpfe von der Firma nur die. Nahtlos 1,95, mit Naht 1,95, Feindkrepp nahtlos 2,95 und die schicke Strumpfhose für 7,95. Preiswerte Ware und trotzdem hochwertig aus Europas größter Strumpfverband. Mensch, was hasse ich diese furchtbare Reklame. Und die Herren-Kurzsocke von nur die für 1,75. Das darf doch nicht wahr sein, das ist ja das Letzte, ich werde irre. Nur die Strümpfe, das Richtige für Zehe, Knüchel, Wade, Knie und Oberschenkel. Und für Fußsohle. Nur die. Aber die schnauze ich jetzt endgültig voll vom Fernsehen, nur dämliche Reklame. Der Apparat ist kaputt, die Strümpfe nicht. Was soll denn das nun? Was kann ich denn dafür? Die nur die Strümpfe sind meine Marke, nur die. Auch als Ohrenschützer zu benutzen.